So Leute und willkommen zurück zu New Super Mario Bordas U. Letzten Part haben wir hier das normale haben wir Kamik besiegt und das Bauhaus normales und Secret Exit gefunden Secret Exit so, ne? Das kennt ihr hoffentlich alle und wir machen jetzt nochmal eben dieses One-Up Haus Na gucken wie es diesmal klappt Uuuuuh Uuuuuh Das hab ich doch gehabt, Mann Uuuuuh Egal wer am Plus, das ist gut Uuuuuh 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 Nach den vielen Fails geht's hoffentlich jetzt mal was besser weiter Uuuuh Uuuuh Ja Uuuuh Uuuuuh Oh, 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 oh. Ja, der Helfer ist dann. Ja, was mir geht. Okay. Achso. Hm. Ich weiß halt nicht, welches, welches Level ist, deswegen guck schon mal, welches das für ein Level ist, ne, besiege ich erstmal alle Gegner und dann guckern wir. Ist hier überhaupt so besiegt. Aber Sterne sind cooler als hier. Komm her. Komm her, Stern. Komm her. Was kreieren wir? Einen Stern. Wuhuhuhu. Und das ist das Level. Ich möchte wissen, was das für ein Level ist. Zuckerwattenzone 5. Hm. Nee. Da müssen wir natürlich zu dem Anderen. Nein. Zu kommenden Zone 4, Springwolken und Bumerang, Brüder. Oh, hab ich. Oh, hab ich. Oh, hab ich. Mögen wir sie nicht alle. Nicht wie immer noch. Oh, ich habe einige Freunde. Da konnte man... Jetzt ist es nicht so verdächtig aus. Ah, die haben wir. Komm, was wir kommen. Frieren sich ein. Frieren sich ein. Go, was. Wir haben richtig Spaß. Die freuen. So. Das geht jetzt schon nicht so weit. Das geht jetzt schon nicht so weit. Oh, 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 oh. Du bist mir jetzt. Das hat doch nicht getroffen. Und wenn... ...so ein Mist... Ja, das könnte man auch jetzt sagen. Epsiger. Fels-Fan, jetzt sind ziemlich viel eigentlich in letzter Zeit. Boah, hoffen wir, dass es bald besser wird. Ich hoffe mal, dass in diesem Part nicht so viel Fels geht. Hat ergebt, habe ich eben gesagt. Also komm, wir müssen uns schaffen, Mario. Das muss doch wohl ein bisschen anstrengend sein. Gebt doch Mario, also stell dich hier nicht so an. Okay, in der Luft eingefroren. Na ja, was sagt mir das? Was? Machen die hier einfach mal ein Blocken. Wenn nicht getroffen werden. Oh, da ist ein Starcon. Hallo? Starcon. Hier ist ne Wolge. Ach, komm wieder. Ich muss noch irgendetwas. Ja. Und, äh, heil! Oh! Ach, Mann. Die, weg mit dir. Warum? Sie hat nichts für mich. Der ist doch bestimmt. Oh. Komm, was auf Wolken und freuen sich und hüpfen. Na! Lett mich. Nein! Oh, mein Gott. Gigafreißbäum! Naja, so schlimm war es nicht, weil es auch nicht ist. Er ist einfach durch die Wolke durchgefallen. Würde ich jetzt mal so tragen. Nein, bitte nicht. Komm her. Komm her. Äh, 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 äh. Skulle, 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 skulle. Skulle, 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 skulle. Der, komm. Oh, komm, komm weg. Hand. Ja, ja, komm morgen. Die kann man noch vor, die kann. Komm. Okay. Ich bin jetzt beraten. Digga, komm. Ne, ich bin ja klar. Komm, ich hab's mitcemos. Bele teilen. Ach, ich hab mal nicht so hier. Sieh noch ein bisschen. Komm, komm bitte nicht. So. Oh, komm, komm. Noch nie. Ich brauche da einen Pilz. Eisbeugen. Eisbälle. Eis, Mario. Ja. Was hast du davon? Das müssen wir irgendwie. Ah, okay. Da ist was. Oh, wenn mir der jetzt runtergefallen wäre. Hallo, 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 hallo. Oh, hallo. Yay, die München hüpfen auf den Haun und so. Wow. Verstehe diese... Den Block nicht. Warum ist der der? Was denn? Will der nur nerven. Will trollen. Hallo, komm mal. Oh, 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 oh. Okay, wofür ist die Röhre? Das sind zwei. Ach. Wie wollte der Haar? Ja, der Starcoin. Haarcoin. Der Starcoin. Ach, egal. Ich habe jetzt keinen Bock, was. Will ich den Pilz? Wenn ich dann nach... ...abkack... ...eine Sterne. Warum fällst du runter? Du hättest mir sehr geholfen. Ach, egal. Aber... Nein! Warum? Ah, darum. Ich verstehe. Dann werden wir jetzt wieder hier. Hier. Nix. Oi. So, my boy. Oh, Level geschafft. Nach 10 Minuten. Mann, oh, Mann. Nur wegen diesem Scheiß. Da kommen sie... Ich sollte mich mal ein bisschen mehr ansteuern. Jetzt mal nicht. Kann ja nicht sein. Da brauche ich nicht hin, ey. Da brauche ich nicht hin, ey. Ja, du Scheißkiste. Ja, komm. Wir sehen uns gleich, wenn ich... ...wenn ich bei dem Level bin. Wasserballons in luftiger Höhe. Ja, das machen wir jetzt noch. Eigentlich habe ich den Sterne jetzt noch aus Versehen genommen. Da habe ich keinen Bock an. Okay. Oh, Mann. Ich weiß was. Nö. Okay. Die Idee war so ziemlich ganz cool. Scheiße. Eigentlich sollte man von oben. Ja. Kann man da oben hin? R-O-R-T-C-R-E-T. Okay. Ich kann mich nicht mehr aufnehmen. Ich kann mich nicht mehr aufnehmen. Wauwauwauw. Dann haben wir was. So. So. Schnell beeilen. Damit wäre es so... Oh. Okay. Warte. Warte in die Röhren. Vielleicht. Nee. Jetzt spring noch mal. Wie los? Okay. Warte. Warte. Keine Ahnung. Warte. So. Okay, alles leer. Oh, da ist schon die dritte. Schaffen wir das Level dann mal. Und schneller. Danke. Egal. Okay. Okay. Warum richtig oder anders könnte ja was sein. Aber... Vielleicht auch nicht. okay. Oh yeah. Mario time. Naja, egal, wenn man noch zwei Blumen und genug extraitums. Yeah. Würde ich sagen, dann geht's im nächsten Part mit Zuckerwatten zu 6, Schlangenblock im Tal des Nebels weiter und der Burg und dem Pilzhaus und so. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Ciao.